Wir befinden uns hier im Ratssitz der Stadt Überpalenberg nach der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Und wir haben hier unseren Fraktionsvorsitzenden, den Gerd Gullerstadt, der aus der Ratssitzung berichtet. Ja, letzte Ratssitzung vor der Sommerpause, gute Beschlüsse gefasst, alles sehr gut gelaufen. Wir haben den Rahmenplan Marienthal, den Flächennutzungsplan Marienthal und den Hoferhausplan, den ersten auf den Weg gebracht. Wir glauben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und ich denke, dass wir auch mit anderen Beschlüssen, zum Beispiel mit dem Antrag der SPD auf Einrichtung einer Stadtentwicklungsgesellschaft, richtig umgegangen sind. Wir sind damit einverstanden, dass die Verwaltung diesen Antrag prüft und uns dann zur gebenden Zeit einen Bericht macht. Ansonsten würde ich sagen, wir können beruhigt mit dieser Leistung in die Sommerpause gehen und alle unseren erforderlichen Urlaub genießen. Vielen Dank.